Ich glaube, dass es den Rindern hier saugut geht. Ich glaube nicht, dass man den Rindern mehr bieten kann, als das, was unsere Rinder haben. Sie können sich das ganze Jahr draußen bewegen. Wir haben gutes Gras, wir haben eine wunderbar saubere Luft hier. Wir haben also wirklich eine artgerechte Haltung in dieser grandiosen Umgebung. Und das ist natürlich schon top. Wir sind 100% öko. Wir haben jetzt über 4000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und das ganze Areal, die ganze Gegend. Wird ökologisch bewirtschaftet. Und das jetzt seit 20 Jahren, das ist reine Natur. Also ich behaupte, dass das Fleisch schon schmeckt, wie man es sich gar nicht erträumen kann. Wir können also locker mithalten mit den edlen Steakhäusern, die Fleisch aus Argentinien oder aus den Rindfleischerzeugerländern importieren. Wir haben ein zartes, saftiges Fleisch, was wirklich in sich so viel Geschmack trägt, dass man im äußersten Fall ein bisschen Salz oder Pfeffer vielleicht nimmt. Und so muss es eigentlich sein.